Unser Wärmeregulationszentrum sorgt dafür, dass die Körpertemperatur relativ konstant bei 37 Grad Celsius ist. Neugeborene und kleine Kinder sind nur bedingt in der Lage, die Körpertemperatur selbst zu regulieren. Auch ältere Menschen können das häufig nicht mehr so gut. Bei Neugeborenen und kleinen Kindern liegt das daran, dass sie über ein ungünstiges Verhältnis zwischen großer Körperoberfläche und geringer Körpermasse verfügen. Somit können sie weniger Wärme in Ruhe, also zum Beispiel im Schlaf, produzieren. Zudem haben sie eine geringere subkutane Fettschicht, die sie wärmt. Darum kühlen sie schneller aus. Im höheren Alter ist hingegen die Zitterschwelle herabgesetzt, die körperliche Aktivität gering, die Nahrungsaufnahme und damit die Grundlage des Energieumsatzes reduziert. Dadurch zeigen auch viele ältere Menschen Störungen der Temperaturregulation. Auch unangepasstes Verhalten kann zu einer Abweicherung der normalen Körpertemperatur führen. Zum Beispiel durch unpassende Kleidung bei Kälte und Regen oder extreme Aktivitäten in der Mittagssonne. Auch innere Störfaktoren können Temperaturabweichungen verursachen. Das können Infektionen, Medikamentenwirkungen, Vergiftungen und Störungen des Wasserelektrolythormonhaushaltes sein. Auch das Temperaturzentrum im Hypothalamus kann direkt betroffen sein, zum Beispiel durch eine Hirnblutung oder einen Tumor. Bei einer Querschnittlähmung kann es ebenfalls im betroffenen Bereich zur Störung der Temperaturregulierung kommen, da zum Beispiel Regulationsmechanismen wie Kälte zittern und Schwitzen ausfallen. Patienten sind in vielen Fällen gleich mehrere dieser Faktoren ausgesetzt. Veränderungen der Körpertemperatur beeinflussen alle Stoffwechselvorgänge und das Immunsystem. Eine zu hohe Temperatur kann ein Warnsignal für Komplikationen sein.